hallo leute ich zeige euch heute wie er in der dateien app von dem iphone die anderen cloud speicher und sogar euer nas system einbinden könnt wir gehen zunächst auf dateien dann bekommen wir die normalen icloud drive datei angezeigt dann gehen wir hier drüben auf durchsuchen und dann sehen wir aktuell nur icloud drive um das erst mal anzupassen gehen wir ganz normal auf bearbeiten und hier sehen wir schon andere möglichkeiten wichtig ist ihr müsst die app natürlich installiert haben wir die app nicht installiert habt kann er euch auch die daten net anzeigen das heißt er macht nichts anderes als das normale drive dann einzubinden wie zb on cloud one drive ds file das ist die geschichte von dem synology dann amazon drive dann gibt es dann auch noch mal von synology ein spezielles drive dann web.de selbst kann auch dateien in der cloud speichern und da gibt es noch dropbox genau vom grundprinzip ihr müsst die cloud app installieren in dem fall zum beispiel on cloud oder on drive und dann könnt ihr wenn ihr euch da angemeldet habt ganz normal einfach den haken auf grün setzen so wir gehen nun auf die drei punkte und gehen auf mit server verbinden geben einmal die ip-adresse ein wir sagen krieg ist der benutzer dann wählen wir ganz normal unserem benutzer namen aus bzw geben ein geben dann das kennen wir dann gehen nun auf weiter und wir bekommen unsere ordnern gezeigt der dns name hat leider nicht funktioniert deswegen habe ich die ip-adresse genommen und dann haben wir unsere ordner kann man sich anzeigen lassen das sind die gleichen ordner wie im anderen auch das heißt jetzt gehe ich zum beispiel auf den youtube ordner und wir haben hier verschiedene sachen das heißt die sachen die er unter dem finder in mac os angezeigt bekommt könnt ihr genauso nutzen gehen wir nämlich einmal hier wieder zurück gehen wir zurück und dann sehen wir netzlaufwerk ist eingebunden und das ist genauso gemountet wie unter mac os so das war schon gewesen bei fragen und kommentar für den auch freund dankeschön